Oh Gott, der geht mir hart! Hallelüchen und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Let's Play SoWile Games oder sowat. Auf jeden Fall, wir fangen schon mal an alles zu klauen und sowat. Und naja, es ist gerade Double Gems Weekend, warum ich auch dieses Mal ein bisschen Weigelms spielen werde. Ich wollte eigentlich heute ein anderes Video holen, aber dafür habe ich wirklich keine Zeit. Oder hatte ich wirklich keine Zeit mehr. Und naja, jetzt werde ich mir den mal vornehmen. Ja. Okay, schon mal gut. Wir haben schon mal etwas bekommen und da hinten war noch jemand. Mal schauen, ob wir den noch kriegen. Ich werde jetzt diesmal ein bisschen offensiver spielen als sonst immer. Weil es scheint ein bisschen besser zu klappen dann. Und weil ich habe gerade vorhin 100 Gems bekommen. Nur für einen Win und das ist schon ziemlich cool. Ne. Ne. Als Archer bist du gut, aber nein. Leider nicht gut genug für mich. Ich habe auch einen Archer. Aber gut, wenn du einen Bogen hast, dann will ich den natürlich haben. Und natürlich leckt es dann ein bisschen bei mir und sowat. Hoffentlich der andere will natürlich auch diesen Kill haben wahrscheinlich. Vielleicht. nicht. Und naja. Ich werde ihm jetzt einfach nachspringen. Scheiß auch was er macht. Yeah. Den werde ich jetzt auch killen. Ich bin so killsichtig. Yeah. Ich habe alle gekillt. Wow. Ich glaube es waren schon 4 Kills. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Kann sein. Kann gut möglich sein. Auf jeden Fall ziemlich cool jetzt. Seht ihr? Es geht schon ein bisschen besser mit mir. Und vielleicht gewinnt ihr schlussendlich sogar diese Runde. Was ich wünschenswert fände. Aber das wäre jetzt ein bisschen. Ja. Wenn wir Glück haben, können wir es schaffen. Doch. Und ich suche jetzt ein bisschen wirklich ein paar Spiele auf. Weil am Schluss habe ich gemerkt, werden dann alle einfach richtig krass. Und ich bin dann wieder der Uberloser 2000. Hier ist glaube ich sowieso nichts. Hier war ich letztes Mal auch. Aber ich glaube in diesem Haar. Nee. Da war nichts. Was ist passiert unten? Irgendwas. Ist kaputt gegangen. Da hinten sehe ich einen Spieler. Das sieht mir ziemlich gut aus. Okay. Komm. Konzentration. Yeah. Wir haben es geschafft. Gut. Okay. Okay. Wir werden besser. Ist gut. Sehr, sehr, sehr. Sehr gut. Okay. Das ist nix. Wo war die Kiste? Ich habe doch eine Kiste gesehen. Oder dachte ich das nur? Aber da hinten ist noch ein Spieler. Aber das ist mir kackiger. Scheißegal. Okay. Scheißhaft. Irgendwo ist noch eine Kiste. Hier. Genau. Okay. Okay. Gut. Ähm. schon. Ja, da hinten ist der Deep Breeze in der Nähe. Das hier. Das ist, finde ich nicht gerade so cool. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern von diesem seltsamen Deep Breeze. Und wir sind gerade eigentlich vier Minuten aufnehmen, vier Newton, vier Kills. Das heißt, vielleicht machen wir noch in der fünften Minute noch einen Kill. Ich meine, wir sind jetzt an der Hälfte. Ne, warte mal, nicht an der Hälfte. Das wäre schon ein bisschen krass. An einem, warte mal, wie viel sind das? Am fünftel der Spieler sind wir verantwortlich, dass sie gestorben sind. Etwa. Doch. Schon. Was? Genau das befürchte ich immer, dass die anderen so, so viele krasse Sachen haben. Mal so, äh, 200, 150, okay. Wo ist er? Oh, da hat er noch einen Spieler. Den werde ich mir noch vornehmen. Warte mal, ich habe noch ein bisschen besseres Essen als das. Deshalb fress ich jetzt mal dieses. Ähm. Na, wie komme ich darauf? Da hinten nur. Nur da hinten sind wir. Ja, genau. Okay. Ja, dann werde ich versuchen, irgendwie darauf zu kommen und versuchen, diesen Spieler zu töten. Auch wenn ich jetzt nicht sicher bin, dass er wirklich schlechter ist als ich, das wäre schon ziemlich wünschenswert. Ach, und jetzt leckt es auch wieder so. Ah, Mist. Ich hasse das. The Glitches. Das ist immer so blöd. Ach, komm schon. Das kann doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Da hinten ist, ist eben ein guter Spiel. Ah, ich habe es doch gesehen. Coolio-Kraft. Ah, da hast du Pech gehabt, ja. Da hinten irgendwo hier war er. Komm schon, komm schon, komm schon. Leute, Leute, wir schaben das. Kein Problem für uns. Wir sind doch voll obermäßig cool. Ähm, 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 wo ist das Spiel dahin? Komm schon, komm schon. Leute, Leute, Leute. Wo sind wir? Wie war, wie viel war das? 200? 150. Okay. Wir können ja mal versuchen, diesen ähm, 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 kack zu finden. Da hinten irgendwo. Ah, stimmt. Das ist doch dieses Haus da, oder? Kann das sein? Ist doch irgendwo dieses seltsame Haus. Irgendwo, irgendwann. Komm schon, komm schon, komm schon. Naja. Da hinten ist ein Spieler. Den will ich jetzt mal versuchen zu überraschen. Vielleicht klappt das sogar. Komm schon, komm schon. Gut. Okay, klappt. Oh Gott. Der geht mir hart. Aber ich hab's doch geschafft. Gut. Okay. Oh, er hat, er hat coole Sachen. Gut. Sehr gut, wurde schön. Okay. Ähm, nein. Das brauchen wir alles nicht, ne? Ähm, ne. Das sehe ich jetzt nicht so wichtiges. Aber gut, 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 gut. Wunderschön. Warte mal. Ja, das kann ich mal kurz anziehen, was ich gerade habe. Was ich... Okay. Hier sehe ich wenigstens irgendwas. Ähm, ach, niemand hat einen Brustpanzer. Das ist doch richtig kacke, irgendwie. Ah, Mist. Okay, aber wir haben ein bisschen Essen. Und das ist auch sehr wichtig. Okay, schauen wir erst. 70. Wir können ja versuchen, diesen Player noch zu killen. Da hinten. Wobei 50... 40 Blöcke, da hinten ist es auch irgendwo. Ja, 27. Ne, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Ne, ich glaube nicht. Da hinten ist er. Ne, ne. Das schaffen wir eindeutig nicht. Ne. Okay. Brennen wir uns. Oh, das ist er. Was ist denn der nächste Spieler? Wo, kacke, kacke, kacke. Ne. Ne. Das. Komm schon, komm schon. Bitte, 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 bitte. Wo ist der Spieler? Das sind noch drei. Warum schauen beide mich an? Warum? Ne. Das schaffen wir nicht. Ne. 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 Der geht mir richtig hart. Ne. Ne. Das schaffen wir nicht. Richtig viel Glück wird mir das noch schaffen, aber... Ne. Daran glaube ich jetzt einfach nicht. Okay, jetzt. Da hinten ist er. Das können wir vielleicht noch schaffen. Yeah. Wir haben es geschafft. Yeah. Richtig gut. Sechs Kills. Das ist... Oh Gott, Leute, wir haben es geschafft. Das bin ich. Yeah. Voll stylisch und so. Und jetzt haben wir es geschafft. Naja. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Läubchen nach oben da. Und ansonsten, wir sagen, wir sind es bei nächstem Mal. Und bis dann, wir haben es viel... Oh. Über 100. 108 Gems. Ich kann mir ja gleich einen Brawler kaufen. Cool. Ne. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sind es bei nächstem Mal. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Und tschau. 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 Vielen Dank.